Hallo alle zusammen! Auf vielfachen Wunsch hin möchte ich euch heute ein bisschen etwas über die Präpositionen erzählen. Da dies aber so ein großes Thema ist, teile ich es in mehrere kleine Kapitel. In dieser Lektion möchte ich euch nur einen allgemeinen Überblick geben. Es gibt lokale Präpositionen, temporale Präpositionen, kausale Präpositionen, modale Präpositionen. Keine Panik! Wie immer erkläre ich alles ganz langsam und einfach. Ich schwöre! Ehrenwort! Was ist eine Präposition? Eine Präposition ist eine Art Vorsilbe, zum Beispiel aus, auf, am, um, bei, trotz, vor und so weiter. Wir merken uns einfach, es gibt viele Präpositionen. Wir teilen sie jetzt aber in die vorhin erwähnten Gruppen. Achtung! Wiederholung! Lokale Präpositionen, temporale Präpositionen, kausale Präpositionen, modale Präpositionen. Bleiben wir aber zunächst bei Punkt 1, den lokalen Präpositionen oder den Präpositionen des Ortes. Oder noch einfacher, man kann fragen, wo, woher, wohin. Lokale Präpositionen. Präposition auf. Wo steht mein Auto? Dein Auto steht auf dem Parkplatz. Der Parkplatz. Oder dein Auto steht auf der Straße. Die Straße. Die Straße. Oder dein Auto steht auf dem Feld. Das Feld. Gar nicht so schwierig, oder? Machen wir gleich weiter. Präposition aus. Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Präposition über. Wohin gehst du? Ich gehe über den Platz. Wohin gehst du? Ich gehe über den Platz. Der Platz. Ich gehe über die Straße. Ich gehe über die Straße. Die Straße. Ich gehe über das Feld. Ich gehe über das Feld. Das Feld. Wenn ihr mehr über die lokalen Präpositionen wissen wollt, dann klickt einfach auf diesen Link hier. Oh, zu spät. Tja, welche Präpositionen gibt es noch? Es gibt die temporalen Präpositionen. Also die zeitlichen. Die Fragen dazu lauten Wann? Wie lange? Seit wann? Temporale Präpositionen. Präposition am. Wann treffen wir uns? Oder an welchem Tag treffen wir uns? Wir treffen uns am Freitag. Die Wochentage werden mit am angezeigt. Also am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Präposition um. Wann treffen wir uns? Oder um welche Uhrzeit treffen wir uns? Wir treffen uns um 15 Uhr. Die Uhrzeit wird immer mit um angegeben. Also wir treffen uns um 9 Uhr. Oder um 12 Uhr. Oder um 15 Uhr. Ja, außer vielleicht man möchte sagen, Wir treffen uns drei Minuten vor 6 Uhr. Aber niemand trifft sich drei Minuten vor 6 Uhr. Wir treffen uns am Freitag um 15 Uhr. Präposition seit. Seit wann lebst du in Österreich? Ich lebe seit einem Jahr in Österreich. Seit wann lebst du in Österreich? Ich lebe seit einem Jahr in Österreich. Die Präposition seit verwendet man immer mit dem Dativ. Präposition von bis. Wie lange wirst du in Innsbruck bleiben? Ich werde von Mai bis Juli in Innsbruck bleiben. Ich bin ja so froh, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ihr tut mir so leid, aber ihr seid super. Kommen wir gleich zu Punkt 3. Den kausalen Präpositionen. Also jenen, die nach dem Grund fragen. Warum, weshalb oder aus welchem Grund. Kausale Präpositionen. Präposition wegen. Warum darfst du keine Milch trinken? Es ist wegen meiner Allergie. Ich vertrage keine Milch. Warum darfst du keine Milch trinken? Es ist wegen meiner Allergie. Ich vertrage keine Milch. Präposition anlässlich. Weshalb hast du so viele Leute eingeladen? Ich möchte anlässlich meines Geburtstags eine große Party feiern. Präposition aufgrund. Aus welchem Grund bist du gestern nicht in die Arbeit gegangen? Leider musste ich aufgrund einer Erkrankung zu Hause bleiben. Aus welchem Grund bist du gestern nicht in die Arbeit gegangen? Leider musste ich aufgrund einer Erkrankung zu Hause bleiben. All diese Präpositionen verlangen übrigens den Genitiv. Aber über die Präpositionen in Verbindung mit den Fällen sprechen wir ein anderes Mal. Welcher Punkt fehlt uns jetzt noch? Ah! Richtig! Punkt 4. Die modalen Präpositionen. Also jene, die fragen, wie etwas ist oder woraus etwas gemacht ist. Modale Präpositionen. Präposition aus. Woraus ist der Tisch gemacht? Oder aus Glas oder aus Metall oder aus Plastik. Naja, Plastik ist leider gar nicht gut für die Umwelt. Warum? Darum. Also kauft, wenn möglich, bitte nichts mehr aus Plastik. Danke! So! Und da wir nun den Planeten gerettet haben, sehen wir uns noch ein letztes Beispiel einer modalen Präposition an. Präposition auf. Wie heißt das Wort Frieden auf Russisch? Das Wort Frieden heißt auf Russisch mir. Wie heißt das Wort Frieden auf Russisch? Das Wort Frieden heißt auf Russisch mir. Und auf Englisch peace. Und auf Englisch peace. Und auf Arabisch salam. Und auf Arabisch salam. Und auf Chinesisch he ping. Und auf Chinesisch he ping. Und auf Französisch pe. Und auf Französisch pe. Und auf Spanisch path. Und auf Spanisch path. Und auf Spanisch path. Bevor dasselbe gehen. In diesem Sinne sage ich nun. Bis zum nächsten Mal! Hasta la proxima! Juscala proximae foi! Daskel evstr merchii! Ile leg~! Until the next time Görüşmek üzere Ciao amici